Im Rahmen einer Feierstunde ist die neue Dienststelle der Polizei Saterland eröffnet worden. Die Polizei ist in das Rathaus an der Hauptstraße in Ramslo gezogen. Die Dienststelle erhielt auch ihr Polizeischild, das die Beamten zusammen mit Bürgermeister Hubert Frier anschraubten. Die Dienststelle in Ramslo ist in der Regel von 7.30 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Da das Rathaus erst um 8.30 Uhr öffnet, können Bürger im Notfall entweder die Klingel oder die Notrufsäule vor dem Rathaus benutzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017